Er hatte da eben ein Stück Scheiße in der Hand. Was bedeutet... Augeflick Ernie, komm bitte mal her! Was bedeutet das? Na ja, Taschenmuche. Ach so, jetzt scheißt sie es genau. Ja, ich will es erst. So, nun nehme ich mir noch den Ball. Ja, all. Ist das wohl, dass er sein Arsch will? Ja, so wird es sein. Manus. Ja, so wird es sein.